Eliminiere Gegner mit dem Striker Sturmgewehr. Also insgesamt müsst ihr drei Gegner eliminieren. Für die Aufgabe würde ich euch empfehlen, bei einem Ort zu landen, wo sich die Bosse aufhalten, dort habt ihr die Wachen. Oder ihr geht zu einem Sturmvorhersageturm hin, dort habt ihr auch Wachen. Sobald ihr drei Gegner oder Wachen eliminiert habt, habt ihr die Aufgabe erledigt.